Für wen für euch ist dieser ganze Rechtskram wie DSGVO und so auch so ein Albtraum wie für mich? Genau, deshalb habe ich mir geschworen, dass wir Recht für euch mitdenken und euch hier möglichst den Rücken frei halten. Und wie wir das machen, möchte ich euch gerne an drei Beispielen erklären. Das erste ist, wir versuchen zu automatisieren, was man nur automatisieren kann. Ein gutes Beispiel ist hier der Rechtstextegenerator. Denn als die DSGVO ausgerollt wurde, habe ich gedacht, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass sie das jetzt auf die Solopreneure und Kleinstunternehmen auch anwenden. Aber nun gut, es ist wie es ist und deshalb haben wir uns überlegt, was kann man eigentlich technologisch für euch lösen. Hier haben wir uns mit Trusted Shops zusammengetan und den Rechtstextegenerator gebaut. Was der macht, ist, wir fragen euch ein paar Fragen und dann können wir für euch automatisch Impressum, Datenschutz, AGB und Widerruf formulieren und auf die Webseiten integrieren. Und das Beste ist, wenn sich die Gesetzgebung oder aber der Inhalt auf euren Webseiten ändert, aktualisieren sich die Texte automatisch, sodass ihr wirklich sicher seid. Und damit ihr wirklich gut schlafen könnt, geben wir noch einen Abmahlenschutz oben drauf. Eine zweite Sache, die wir machen, ist, dass wir bei jeder neuen Funktionalität, die wir hinzufügen, Recht für euch mitdenken. Ein gutes Beispiel sind hier Smart Apps. Die haben wir gerade hinzugefügt und ermöglichen euch, dass ihr sowas wie euren eigenen Twitter-Feed oder Instagram-Profil oder so auf eure Webseiten ganz leicht integrieren könnt. Und ihr kennt das von anderen Webseiten, immer so mit externe Inhalte einblenden und so. Das haben wir für euch gleich gebaut, ist nämlich eine Anforderung, dass die Besucher da aktiv zustimmen, diese Inhalte sehen zu wollen, sodass ihr euch da gar nicht mehr darum kümmern müsst und könnt total sicher und gut schlafen. Ein drittes Beispiel ist, dass wir natürlich auch, wenn eine neue Gesetzgebung kommt, die neue Anforderungen an euch stellt, wir diese Sachen für euch dann auch bauen und ermöglichen. Auch hier ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt jetzt irgendwie so ein Basispreis-Schutzgesetz oder sowas. Ja, alle E-Commerce-Shops, die in Mengen verkaufen, müssen die Kosten pro Menge mit angeben. Und das können wir nicht für euch machen, weil wir die Daten einfach nicht haben. Aber deshalb bauen wir die Funktionalität und schicken euch dann eine proaktiv eine E-Mail. Hier, das kommt jetzt. Bitte füllt das aus, damit ihr auch hier in keine offenen Flanken reinlauft. Und so denken wir recht für euch mit, damit ihr euch um den Kram nicht kümmern müsst, sondern euch auf das konzentrieren könnt, was euch Spaß macht, nämlich euer Business bauen. Weiter geht's.